Wey, wurde schon gut sagt, zurück zu Plated Coaster und ich sehe gerade, wir machen gut plus gerade, wir können ja vielleicht mal hier ein bisschen langsamer fahren alles und eigentlich auch mal mit unserer, mit unseren Dingen mitfahren, würde ich sehr gerne machen. Kann ich in den anderen? Nein. Zug zwei dann. Aha, jetzt fahren wir gerade hoch, alles klar. Oh scheiße. Ja, okay, jetzt geht's los. Oh yeah, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dafür, dass die so billig war. Ich glaube, das hat sich sehr rentiert, die zu kaufen. Erstmal, weil wir zwei Dinger ja freigeschaltet haben und außerdem, weil wir damit scheinbar sehr gut Geld machen, weil wir haben jetzt 6900, das ist schon was. So, jetzt würde ich mal erstmal gerne gucken, Wege. Wir müssen mal hier noch irgendwie Wege lang laufen lassen. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich das am besten machen kann. Oh, guck mal, voll easy. Dann kann man einfach hier so durchgehen. So. Dann haben wir schon mal da einen Weg bis hierhin. Und hier möchten wir ja auch noch irgendwas hinbauen und da können wir ja direkt nochmal eben Fahrgeschäfte, irgendwas Cooles hier noch hinsetzen. Aber wir können aber auch mal eben, ähm, hier ist wieder, ich weiß nicht, warum die alle... Fortbildungsstufe. Wir werden jetzt eben alle so weit wie möglich fortbilden, damit die... Vielleicht, guck mal, er hier ist zufrieden, er hat voll beschissen und dabei ist der voll gut gebildet, quasi. Ja? Ich weiß nicht, was der zu meckern hat. Wir geben dem mal noch ein bisschen mehr Geld. Keine Ahnung, was die so... Oder ob man vielleicht einfach, dann einfach so ist das, da manche einfach keinen Bock haben. Forschung anzeigen. Achso, das haben wir uns gar nicht anzeigen lassen, Alter. Neue Entdeckung. Alter, okay. Ähm, Forschung starten. Und zwar möchten wir Nervenkitzelfahrgeschäfte, Nervenkitzelfahrgeschäfte drehen und wirbeln. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was kostet dat? Kosten insgesamt? Okay. Äh, irgendwas machen wir jetzt. Den nehmen wir jetzt hier einfach mal. Wird ja nicht so lange dauern, schätze ich mal. Etwa 60 Tage. Oh, doch, dat ist schon wat. Aber gut. Wir lassen dat mal laufen. Und in der Zeit können wir ja mal... Also, ja, gut. Auf die Seite müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen dann. Aber ich würde jetzt erstmal hier gerne wat noch wat bauen. Ich weiß nicht genau, bis wohin da man gehen kann. Bis wohin man da gehen kann, so. Ähm, Fahrgeschäfte. Okay, das ist... Okay, da kann man so machen alles. Und zwar möchte ich da gerne irgendwas schon relativ... Boah, was ist das denn, Alter? Okay, so wat großes können wir da gar nicht hinbauen, sehe ich gerade. Da müssten wir irgendwas hinbauen, wat... Ähm, bisschen kleiner ist. Dat hier zum Beispiel könnten wir da hinsetzen. Aber ich weiß nicht, was dat soll, wat dat ist. Dat hier ist zum Beispiel auch ein gutes Teil, wat man hier hinbauen könnte. Dat könnte man ja gut hinbauen. Ja, doch, dat könnte man wirklich gut hinbauen. So, vielleicht irgendwie. Bis da kann man gehen. So, vielleicht. Und dann den Eingang. Kann man da gleich lang? Ja, doch, ne? Machen wir so. Ausgang natürlich dann hier irgendwo eher hin. So. Ähm, dann wären wir nämlich mal eben... Und dann wäre natürlich schön, wenn man da langziehen kann, aber das wird nicht gehen. Wenn wir erstmal einen Weg nehmen. Der hier so lang geht vielleicht. So. So. Dann kann man nämlich sagen, hier können wir jetzt schon mal den Weg machen. Und jetzt... Die... Warteschlange. Hier lang. Oh, geht das nicht. Nee. Warteschlange. Dahin. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Dann könnte man aber vielleicht nochmal gucken, ob man den Weg hier... Auch noch hier irgendwie verbinden kann. Ja, genau so. Oder war schon... Ist schon nicht schlecht, glaube ich. Dann ist die Palme jetzt hier vielleicht ein bisschen im Weg. Aber das können wir ja auch ändern. Indem wir die anklicken. Sagen, wir möchten die versetzen. Und tun die... Eher da so hin. Und dafür die vielleicht... Ein bisschen mehr nach da. Und die... Ein bisschen mehr... Nach da. So. Man sieht das da auch schon wieder besser aus. Das Teil hier... Können wir direkt freigeben. Äh... Kostet 9 Dollar. Boah, das ist ganz schön teuer. Äh... Dann machen wir jetzt einfach 10 draus. Mir egal. Farben. Weißt du, was? Lassen wir so. Ist in Ordnung. So, halbwegs. Lassen wir so. Dann gehen wir mal auf Szenerie. Steine und sowas. Hm. Oh, guck mal, cool. Können wir mal ein paar Steinchen hier drum herum setzen irgendwie. Nee, da gehört ein kleines Border eigentlich nicht hin. Guck mal, der ist nicht klein. Der ist klein. Ist auch nicht so klein. Ja, da vielleicht so. Nicht unbedingt notwendig. Und dann natürlich Bäumchens. Und ja, wir müssen halt... Viel Palmen benutzen, weil das ist hier so unsere... Wir müssen nicht, aber das ist so unser... Unser Ding hier, ne? Hier könnte man vielleicht auch noch ein paar Fressbuden oder so hin tun. Ich weiß auch nicht. Müssen wir auch nochmal gucken. Ob man hier irgendwas hin tun kann. Da werden wir uns aber auch gleich mit beschäftigen. Mit der Seite. Wir machen erstmal die Seite hier ein bisschen fertig. Äh, das ist jetzt ja hier die halbhohe Palme. Halbhohe... Halbhohe Palme. Ja, ist richtig. Ähm. So. Hier hinten können wir auch nochmal ein bisschen was hin. Da kann ich besser gucken, wie ich so mache. Was? Ja, genau. So. Dann sieht das doch auch schon nice aus. Was ist denn mit der anderen Palme? Da können wir ja auch noch... Wo ist die jetzt hin? Die ist, was hat das? Ähm. Da kann ja auch noch der ein oder andere irgendwo stehen. Ich weiß, ich neige dazu, solche Sachen immer zu eskalieren und zu übertreiben. Ja, komm, blockiert, nämlich auch blockieren. Nur so ein bisschen übertrieben. So, mal eben gucken, hier so ein bisschen... Wieso ist der blockiert? Jetzt nie mehr. Hier könnte man theoretisch ja auch ein paar Fressbluten und so hinstellen. Aber da muss ich gleich mal gucken. So. Ja, da würde ich gehen. So. Ne, da eher was an der... Die kleinere Palme, die hier vielleicht. Darunter so. Wunderbar. Wunderbar. Guck mal, wie schön das hier ist. Alter, wie guckt ihr das an? Das ist ja ein Traum. Quasi, ja? Ein Traum. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. Da können wir auch immer schönes Bild von machen. Das sieht schon extrem cool aus für dich. Ich mag das Ding. Also das Spiel gefällt mir einfach, weil das bietet auch so viele Möglichkeiten irgendwie. Also, guck ja, das sind ja tausend Möglichkeiten, die du hier machen kannst. Du kannst deinen ganzen... Also, nicht nur, dass du deinen Parkes einfach bauen kannst, wie du willst, sondern... Du kannst ja auch noch... Du kannst ja alles im Prinzip... Ja, was labere ich hier? Was erzähle ich euch? Das ist ja nichts Neues. Auf jeden Fall, geldtechnisch kommen wir ganz gut zurecht, glaube ich gerade. Ich habe hier ständig super wichtige Nachrichten, die ich nie gucke. Und irgendwie, glaube ich, dass mir schon wieder jemand weggelaufen ist. Wir haben einen Techniker. Zufriedenheit ist ja immer noch nicht gut. Was kostet das hier? Immer... Das wird wahrscheinlich nicht billig gewesen sein jetzt. Aber wir versuchen halt jetzt die Leute hier zufriedenzustellen. Und ich werde auch wahrscheinlich bald neue Techniker brauchen und so. Der Polizeimann ist auf jeden Fall nicht sehr zufrieden. Wenn uns der kündigt, wäre jetzt schade, weil wir haben relativ viele Geld da drin gesteckt. So, also die Seite lassen wir jetzt erstmal. Und jetzt werden wir uns ein bisschen auf die Seite wieder beziehen. Und gucken, was wir hier machen. Hier möchte ich jetzt gerne auch wieder irgendwie was Achterbahntechnisches haben. Nur, da müssen wir wahrscheinlich jetzt mal eben hier Gas geben. Brauchen wir mehr Geld. Aber... Ich hätte ganz gerne, ehrlich gesagt, eine Holzbahn. Allerdings... Oh, guck mal, die ist gar nicht teuer. 6.000. Aber die ist 10.000. Die ist 15.000. Also 6.000. Boah, was ist das denn, ey? Alter. Die ist aber auch nicht klarer, die klein. Hm. Ist natürlich so eine Sache. Die ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Die kostet 10.000. Ist viel kompakter. Die könnten wir auch, glaube ich, ganz gut da einbauen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Hier auf die Seite vielleicht. Weiß noch nicht genau wie. Vielleicht so. Und dann, äh... Hier irgendwie, weißt du? So. Müsste man mal eben, ähm... Äh... Warte mal, das ist das? Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Hallo, geh mir nicht auf den Sack. Was soll das? Oh, Mann, ey. Ist die das? Ja. Ähm... Wie hab ich das gemacht mit dem Hoch? Was, was stand da? Äh... Anheben. Ach, ja, genau. Und dann... Äh, ist immer noch nicht gut. Wieso nicht? Ach so, weil wir nicht genug Geld haben. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das verstehe ich. Aber das wäre ja zum Beispiel schon mal... Das wäre ja schon mal was, ne? Ich meine, Holzachterbahnen sind einfach geil. Hm. Könnte man auch... Aber dann wäre die jetzt Spiegelverkehr. Das ist falsch da. Ja, das ist einfach viel zu übertrieben. Hybridstahl. Was ist denn die, die wir gerade freigeschaltet hatten? Ah, freigeschaltet hatten. Weiß hat jemand gerade noch, wie die hieß? Ehrlich gesagt nicht. Oh, hier ist aktuell. Was heißt denn aktuell? Aktuell. Also... Ich glaube, wir sollten tatsächlich erstmal noch mehr an normale Attraktionen bauen. Damit wir schneller an viel Geld kommen. Weil jetzt haben wir 5800. Wir brauchen dringend mehr Kohle. Ähm... In welche Richtung denn? Also... Irgendwie verziehe ich das Teil jetzt hier erstmal komplett. Ähm... Man könnte ja auch schon mal... ...noch mehr Wege machen. Keine Ahnung. Wir könnten das hier schon mal miteinander verbinden als Wege. So in etwa, ne? Und... Äh... Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann hier auch... Schon mal wieder... Ähm... Von wo kommen wir denn? Oder wo gehen wir am besten lang? Am besten... Müssen wir erstmal... Schauen... Was wir denn bauen möchten. Fahrgeschäfte. Und zwar möchte ich eigentlich ganz gerne... Haben wir so eine Art Freefall Tower oder so? Was macht eigentlich unsere... Unsere Forschung? Was kostet das hier? Und das geht eigentlich... Ich bilde die jetzt mal alle... Immer vor, so weit das geht... Und dann mal gucken, ob die immer noch... Schlecht drauf sind oder nicht. Das wäre blöd. Äh... Forschung anzeigen bitte. Warte, kriegen wir denn da schönes? Okay. Ähm... Das wäre zum Beispiel auch... Welches war das jetzt? Das war das. Das schon krass. Und auch krass groß. Ja. Also das wäre schon nicht übel, ne? Wenn man das hier... Irgendwie so macht vielleicht... Hm... So... Den Eingang dann nach da irgendwie... Oh, das war auch übelst teuer, ne? Egal. Die Farben gefallen mir aber nicht. Äh... Das werden wir aber gleich... Oder können wir auch jetzt schon machen. Farben... Das blau hier... Das blau hier... Das geht gar nicht. Ah, das sind Flugzeuge und Empire State Building. Ich verstehe. Was ist das jetzt hier? Hm. Keine Ahnung. Ähm... Warum das jetzt hier so ist... Habe ich nicht verstanden, aber das Lässt sich gerade nicht ändern Dann lassen wir das mal so, wie es jetzt ist Auch okay Ich hätte gerne den Parkeingang gebaut Eingang platzieren Und zwar Von hier Oder was? Ja, hier so Und den Ausgang machen wir hier hinten einfach hin So Oder? Ne, Ausgang machen wir eher Da so So, ist gut So, pass auf, dann machen wir jetzt nämlich Eingang mit Weg verbinden, nein, wir gehen jetzt auf Wege Gehen erstmal auf Unser Dinges hier Und dann müssen wir erstmal, oh nein Was habe ich jetzt gemacht? Nein Und dann müssen wir jetzt nämlich erstmal eine Warteschlange bauen Die sich Sehen lassen kann Ich möchte jetzt gerne noch rum, aber das geht dann nicht mehr Das ist schade, 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 schade was soll es so jetzt werden wir erst mal hier mit dem weg auch wieder hier lang gehen das auch erst mal verbinden so dann ist das schon mal verbunden ich werde jetzt hier erstmal so ein ring dort rum machen damit leute hier rumlaufen können da können wir dann auf jeden fall auch noch blümchen oder so machen keine ahnung so dann können wir nämlich auch gleich zum beispiel hier noch irgendwie hin weiß ich noch nicht muss man gleich gucken aber bevor wir das machen gehen wir natürlich erstmal hier hin das ding kostet sieben da machen wir jetzt einfach acht raus aber können und gehen wir teilerig mal frei und bin mal gespannt was da jetzt abgeht und da möchte ich auch gleich direkt mit fahren wenn die leute gehen drauf 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 moment bitte und geht los es geht los oh mein gott die folge ist vorbei aber da gucken wir uns jetzt trotzdem an alter das ist ja krasser als ich dachte aber geht auch noch richtig hoch oder und dafür habe ich so viel geld ausgegeben oder was ich meine das sieht ja cool aus aber dafür habe ich so viel geld ausgegeben krass 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 naja gut ich sage erstmal vielen dank für zuschauen und bis zum nächsten mal tschossen tschossen